was heute passiert es reicht nicht mal für eine ganze goldrüstung was für was wusste ich ne ganze das sind nur normale piglins keine piglin brutes willst du noch eine goldachs wenigstens hauptsache irgendwas hier wenn goldbrute da mit so viel schaden macht können wir das auch ja wo sind die ganzen schweinetypen hallo es lässt sich nicht verbrennen zurück zurück zu haben dann wieder auf dem maskott kanal heute geht es weiter mit heute geht es weiter mit der 8 nether tour jetzt wird's gut jetzt wird's bock nix hat ein warp follows gefunden aber ich finde es ein bisschen schade vom spiel dass wir nicht mal belohnt werden kurze frage nexus haben wir die koordinaten vom portal gemerkt absolut nicht haben wir obsidian irgendwie als können wir irgendwie als ob ein obsidian auch absolut nicht aus dem grünen portal oder ne äh ne festung also ne dingens bastion ja gut ne festung halt ne ich nehme das ganze quarts einfach jetzt auch mit nächstes projekt minecraft im nether durchspielen oh ja zwei hallo gas tot doch ich habe nur noch sechs feile oh mein gott digga irgendwas hat mich angeschossen digga ja es ist alles weg ach so katz bei mir ach nee warte kraftet ihr neue rüstung und kommen wir zu dir ach next kraftet ihr gold rüstung bitte kraftet uns gold rüstung bitte meine dear picke es reicht nicht mal für eine ganze gold rüstung was für was du musst nicht eine ganze das sind nur normale piglins keine piglin boots außerdem ich habe herausgefunden piglin boots denen ist das egal ob du gold trägst oder nicht nix so ist das nether ride ich glaube das schwimmt ja natürlich schwimmt das was soll es denn sonst tun ich brauche jetzt erstmal neues schwer ich kann mich sonst nicht verteidigen digga ich habe auch kein essen mehr ich habe nichts mehr zwei stecks kartoffeln digga weg ein ganzes stack brot weg warum hattest du das dabei weil ich mir das gecraftet habe du bist dümmer als ich alter du bist dümmer als kirjol so als sie waren so holy shit wie kann man nur unfähiger als jan sein ich schwör ich schwör mein gott diese dreckigen gars nicht nur die die scheiß brew die scheiß du bist auch tot so ein bisschen scheiße einfach alles am arsch hier nimm die rüstung ich glaube das war es für die netta tour für das erste nein wir gehen doch mal rein digga ich hab dein nether ride ich hab's nether ride ja komm du müsstest du den weg finden ja wir befinden uns nun wieder ganz am anfang hier wo ich bin hast du ein schwert ist auch einfach alles von dir verbrannt jetzt oder ne 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 ich bin in dem wald gestorben zum glück wieso hat mich so ein scheißvieh angeschossen digga wirklich weil du kein gold hattest ich hatte gold an ne mementa ich hab's abgebaut siehste aber da war meilenweit keiner von diesen teilen in der nähe ich hab mich extra abgesichert ich hab kein essen deswegen sprich nicht durch ich hab kein essen deswegen sprich nicht durch ich hab so viel pech haben digga ehrlich ey glück komm ich dann wieder mit meinem scheiß boah wenn ich das schon wieder höre ne dass diese scheißteile schon direkt wieder hier sind lauf lauf au der gast hat mich getroffen lauf 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 digga aaa übera sieh aber glaub ich das scheißte decknis von dem elefanten und weiß alles geh hoch geh hoch digga nächste sich hat alles enchanted ich hat so viel quarts dabei Drei oder vier Stacks, Mann. Fünf oder sechs Stacks Gold. Eine Werkbank, damit ich nicht mehr Gold und Ingots machen kann zum Craften. Das Netherite... ALTEN! Die Scheißteile lachen uns ja jetzt in Ruhe. Naja, in der Theorie müsste das Netherite ja hier irgendwo bei diesem Scheiß-Lava-Zeug sein. Da liegt's! Oh mein Gott! Ich hab's! In den Wald! In den Wald! In den Wald! Alles. Weißt du, du stirbst die ganze Zeit. Und kriegst immer deine items zurück. Ich sterb ein-mal und verliere alles. Ja, warum? Ah, ich hab beide Diapicke noch! Ah, mein Chat liegt noch da oben! Der Nächstes Lauf, das ist zwar egal! Ich lauf einfach in den Wald, mir ist alles egal. Habe ich grad unaufsichtlichen Enderman angeguckt. Oh! Oh! Du hast mich glauben! Du hast meine Items gefunden! Nein! Verpiss dich Enderman! Wo bist du? In den Wald gelaufen! Au Dieb! Ah, klar! Keine Ahnung! TP dich doch einfach! Ah klar! Seh dich! Verfolgt der Nether-Mann dich noch? Ja natürlich, ich hab vier Leben! Hilfe! Hallo! Ich hab dich gehauen! Du fettes Stück! Ah! Du hast mich geboxt! Ich hab ein halbes Herz, Junge! Ich hab mein Shit wieder! Das ist... Wenigstens besser, als nix mehr zu haben! Immerhin haben wir den Nether-Ride! Oh Gott, nach unten! Ich guck hier nie wieder nach oben in diesem Scheißbereich! Ich bin nur... Ich bin... Ich hab grad irgendwie... Ich bin den Berg hochgeklettert und hab das Vieh nicht mal gesehen und es ist aggressiv geworden, weil ich... Warte, Freddy, komm her! Freddy, komm her! Vielleicht hab ich ja Ersatzrüstung für dich! Äh... Hier, du brauchst nur eine Gold-Sache! Nimm das! Ja, ich... Sieh dir die Gold-Schuhe an! Ich hab Gold-Chessplate! Hier, Gold-Hose! Besser nur ne Hose, als... Äh... Äh... Ofen! Warte! Wir brauchen Ofen! Blacks... Äh... Weißt du warum? Nee! Ich hab 10 ungeschmolztes Eisen dabei! Holy fucking shit! Ich baue jetzt mal die Scheiß... Ich baue jetzt mal die Scheiß... Ich baue jetzt dieses Scheißholz ab und dann baue ich mir ne Werkbank! Ja! Please! Please! Gib mir meine Werkbank zurückspiel! Mann! Ich hab 30 Level Nexus! Ja! Das ist schon scheiße! Das glaube ich... Ich kacke ab Junge! Nexus stirbt die ganze Zeit und verliert nichts! Ich sterb einmal und mir wird alles genommen! Mein gesamtes Leben! Ja! Ich schmeißte mich ja nicht selber an! Hast du... Hast du einen Stein? Blackstall? Hast du sowas? Nee, ich hab nichts! Ich hab nur ne... Ich hab nur ne Stein Spitzhacke! Glaub ich hier drauf! Warum müssen wir, ey, aber erstmal ohne Scheiß, wieso müssen diese Kackteile genau in dem Moment kommen, wo wir an der Lava stehen, wirklich? Oh, ich hab die, oh, die sind gespawnt. Ernsthaft? Weil als ich da lag, ja, als ich da lag gelaufen sind, waren die noch ein Jahr nicht in die, weit und breit gar nicht. Wow, und dann haben die uns inzelt angeschossen, super. Hast du ein bisschen Holz für mich? Ich hab ne Werkbank. Ja, mach dir ne Axt, ey wie? Wie denn ohne Holz? Äh, wie hast du die Werkbank gemacht? Ja, mit Holz, das ich abgebaut hab. Wie machst du das, das ich ohne Axt? Ja, mit Holz, das ich abgebaut hab. Ich hab aber kein Holz abgebaut. Also wirklich, ich spiel, jetzt könntest du uns echt ne Festung geben. Jetzt mal, die Werkbank, wo bist du? Hör mal auf wegzulaufen, musst du auch bei mir in der Nähe bleiben. Ja, ich bin bei dir. Nein. Vielleicht mal die Werkbank, ich brauch die. Ah, für mich beiseit brauchen wir nicht. Ich wisse. Ah. Willst du ne Goldachs, wenigstens? Ja, Hauptsache irgendwas. Hier. Ich mein, wenn Goldblut da mit so viel Schaden macht, können wir das auch. Nee. Der macht 8 herzen Schaden, sprich der macht 16 Schaden mit einem Schleu... mit einer Axt. Aber du kannst ja so Holz formen und das Holz ist klappen, das Holz, das brennt wenigstens nicht. Nee, der Werk auch nicht. Also nur, wenn du das anziehen musst. Ja, aber... Das Holz ist definitiv blasresistenter als... Der Werk. Ich gucke mich umgucken nach... ...dingens... ...Blackzone. Ja, bitte, meine Brüder ist das Löt kaputt. ...Ofen. Niemand, Freddy. Ich hab so viele Blöcke, mir kann nichts passieren. Oh, Freddy wird von Picklitz in die Lava geschossen und verliert alles. Ist das da oben? Ein bisschen von deinem Loot? Wie was? Wie soll denn mein Loot da oben liegen? Aua! Freddy! Hä? Was? Screenshot. Screenshot. Hä, was? Ist mein Loot da wirklich, oder was? Nee. Aber ich hab'n Pikmin gesehen, der auf nem Strider sitzt. Ja. Auf nem Baby Strider. Warte. Pervers... Ein Perhilfe, ein Perverser. Digga, ich war noch nicht mal im... Nein! Oh, Freddy. Game over für mich. Zwei Ghast, ich... Zwei Ghast, ich bin noch... Komm zu mir hoch, komm zu mir zurück, da wo die Werkbank stand. Ich bin auf eineinhalb Herzen runtergebrannt. Dann iss. Aaaah, ich kann nicht. Die Ghast. Bau dich zu. Irgendwas. Ich hab nix. Ich hab dir Brot gegeben. Oh, ich bin... Ich bin... Oh. Oh, ich bin weg. Nächstes, ich brauch ne Pigaxe. Ich hab nix. Mach dir ein Ausholz, bitte. Ja. Die krieg ich wieder! Ne, verstanden! Freddy! Hä? Krieg ich wieder! Ich hab ne Holzbizhacke. Das ist ne DIA-Hacke! Ja, aber ich hab ne Holzbizhacke. Oh, Alter. Hallo, kann jetzt jemanden Ausgang kommen, bitte? Bau seitlich einfach. Bau einfach straight gerade. Aber vorsichtig, dass du nicht runterfritzt. Haaaah. Weg! Geh weg! Geh weg! Ich hab so viele Blöcke. Mir kann nix mehr passieren. Oh, guck mal! Hier, nimm mir das ganze Gold mit, Alter. Oh, die gucken mal an der Seite runter. Nur nicht runterfallen! Da wollte ich sogar hin, da auf die Insel. Neee. Nee, bitte nicht. Aber hier oben könnte Blackstone sind, und das ist gut. Obwohl ich, glaub ich eigentlich... Obwohl, warte mal, was ist denn das hier? Ah? Komm mal her! Hä? Okay, Techno-Blade. Hä? Kommt der jetzt mit Techno-Blade, Digga? Weil du, hä, gemacht hast. Wir haben jetzt den Glowstone hier. Hinter dem Glowstone. Gehen wir einfach straight weiter, nicht zu mir. Einfach straight weiter, ja. Nicht da straight. Was denn? Oh! Da, hinter dir, genau hinter dir. Hey, das ist krass! Ja! Guck mal, wo ich da freigedickt habe. Guck dich mal da um. Ja, und? Was ist jetzt hier? Das schaut mir ne sehr sichere Gegend. Sicherere als alles, was ich jetzt hatte. Ey, ich hab schon den ersten Enderman gefunden. Cool. Äh, ich hab'n Stack für die... Grunter, dass Vieh will, dass ich es angucken, Digga. Das Vieh will, dass ich es angucke, Digga. Das tepriht sich die ganze Zeit in meine Fresse. Dann lass es. Guck nicht an. Gib nicht in die... Gib nicht in das Verlangen ein. Äh, wo zum Fick bist du? Ich bin durch dein Loch gegangen. Und dann? Siehst du meinen Namen? Ich seh' deinen Namen. So, ziemlich in Richtung, äh, Lava. Ziemlich in Richtung Lava, hä? Ich betreibe gerade Brückenbau. Wieder zurück, oder was? Nee, bei Loch. Bei deinem Loch. Bei meinem was? Bei deinem Loch, wo du gebuddelt hast. Siehst du meinen Namen nicht? Nein, Enderman, ich guck dich nicht an. Hä? Hä, Digga, ich stehe hier doch hinter dir. Ach da, sag das doch. Och nein, ah, es hat sich wieder in meine Fresse teleportiert. Nexus, Hilfe. Nein. Jetzt will er mich. So, ich bin auf drei Herzen runter. Ich esse jetzt erst mal mich tot. Warum sind sie da drüben? Magma schläben's. Ja, weil die schläben. Weil hier ein roter Wald ist. Oh, nee! Obwohl doch, oh ja! Wir haben beide Goldrüstung an! Ja! Ja. Aber hier spawnen diese anderen Teile, diese Schweine. Ja, egal! Krass, wir kleben hier hin und dann hin. Komm her, du misit. Gravel, wow. Was ist das? Oh, eine Splash Portion of Fire Resistance. Ja! Ja! Wie kommt jetzt? Wenn ich schon alles verloren hab. Besser jetzt, um zu verhindern, dass du nochmal alles verlierst. Ich hab nichts. Ja, genau deswegen. Bevor du wieder alles verlierst, was du nicht mehr besitzt. Ich hab ja nicht mal mehr das Nether-Ride, das hast du ja jetzt. Hier ist ne Kratzen-Rend. Willst du's? Ja. Dann hab ich wenigstens irgendwas von meinen Sachen. Nein, kein Watt! Ich hab genau vier von den Bombs. Wir brauchen nur noch Blackstone. Oh nein. Freddy! Ah! Ich fighte dich, Junge, komm. Ich wollt grad sagen, Digga, warum spannt das Teil seinen Bogen, Alter? Can I have some gold, please? Hier hast du noch paar... Dingens. Dingens. Wow. Oh, scheinbar! Das reicht sogar... Freddy, das reicht tatsächlich... Wo hast du jetzt die Kraft, die Treppe, dicke? Ich hab die. Das hat sogar tatsächlich... Das hat das Recht sogar tatsächlich für einen Gold bauen. Cool. So, kannst du abbauen. Hallo. Hier lang, hier lang. Warte, mit dem Gebieten hier sind die... Richtig, Schwein. ...de Bastion am höchsten. Was du runter gehst. Bleib doch oben. Vom hoher. Blackstone! Ja! Wie viel? Danke, Schwein. Helf. Wie viel? Ja! Mach nen Ofen! Mach nen Ofen! Danke, Schwein! Oh, nen Fahrer, George. Hier, Nexus. Holz rein! Holz rein! Zack, ich... Ah. Ich kann da heute kein Holz rein tun. Warum? Ja, weil ich das nicht verbrennen kann. Hier, Sticks. Ah, Axt. Doch, das lässt sich verbrennen. Zeig ich dir jetzt. Ja, aber sind die ganzen Schweinetypen? Hallo? Warte, es lässt sich nicht verbrennen? Scheiße. Egal. Macht das Schaden? Nee. Freddy, du holst dir jetzt ein Schild gegen die Slime-Kacke alles. So, was willst du? Willst du nen Schwert erstmal? Ich hab nen Eisenschwert. Willst du ne Eisenpicke? Ja. Oh, ja, 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 gib hier. Fisch, Digga. Oh, wir haben keine Pfeile wegen dir, dämlichen Affen. Doch, ich hab vier. Gib alle! Ich hab nen Bogen. Hier. Ich hab' ja auch bald. Ich hab' ja auch bald. Bald, bald. Gib mir, gib mir, gib mir, gib mir, gib mir. Gib mir Pfeile, gib mir Pfeile, gib mir Pfeile. Nimm! Digga. Äh. Ernsthaft. Äh, Freddy, du kannst ja hier von höchstens keine Brustplatte mehr machen, leider. Aber du kannst ja nen Helm. Fah, ich liebe dich. Was denn? Pfeile. Oh, ja. Digga, er ist bester Mann. Oh nein, er läuft gleich weg. Gravel. Egal. Ich hab nix mehr zum Tränen. Ich hab noch hier. Gute, Leute. Elf. Hör mal hier, du bist dran, jetzt zu Tränen, Alter. Komm, Enderpein, irgendwas! Leder. Obwohl, Leder, gibt ja! Was ist hier? Ja, wow! Blackstone! Ich hab mich noch nie so sehr über Blackstone gefreut, ne? Alles gelöscht! Komm hier. Gib mir irgendwas Gutes, Schwein. Gravel. Egal. Komm, bevor du weiter tradest, komm! Oh, scheiße, Digga! Wir sollten das Zeug mitnehmen und weiterlaufen. Wir, ich geh schon mal vor. Nimm du's mit. Ich. Der hat eben alles verloren. Okay. Alles auf deine Verantwortung. Ich würde aber sagen, Leute, das war's mit der heutige Folge. Wenn euch gefallen hat, ist gerne ein Like, ein Abo, ein Video, ein Glocker, wenn ihr benachrichtigt, wenn ihr was... Und tschau. Leute.